Liebe Sprenbergerinnen, liebe Sprenberger, liebe Gäste, liebe Zuschauer von wo auch immer, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, heute melde ich mich zu meinem Wochenkommentar nicht vom Marktplatz. Das war aber wohl doch eine besondere Wochenbotschaft oder ein besonderer Wochenkommentar, weil so oft wie noch nie wurde dieses Video angeklickt. Das merke ich mir. Das ist eine Botschaft an mich, macht doch etwas lockerer die ganze Geschichte. Aber heute auch in Anbetracht des Wetters und meines wirklich engen Zeitfensters heute, ganz klassisch aus meinem Büro, aber wie so oft vor dem Bild des Industrieparks Schwarze Pumpe, weil da unsere Stärke herkommt. Ich lese auch in den sozialen Medien so dies und das gar nicht mehr so aktiv von mir aus, weil man kann sich ja auch das Leben entweder verschönen oder man kann sich manchen Tag, entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise, den Tag auch richtig versauen, wenn man da drauf schaut. Aber ich bin Hinweisen gefolgt und war also in der vorigen Woche dann tatsächlich mal auf den Facebook-Accounts der Spremberg-Gruppen unterwegs. Und was lese ich da im Zusammenhang mit dem Besuch von Herrn Spahn bei der CDU-Fraktion in Spremberg? Eigentlich Unglaubliches. Ich will das hier gar nicht werten, wer welche Meinung dazu hat. Aber liebe Leute, ich bitte euch, um was geht es uns und um was geht es auch mir? Es geht um Spremberg. Ich habe da nur etwas gelesen über Corona, wo Herr Spahn im Übrigen seine Meinung deutlich vertreten hat, auch viel Selbstkritik geübt hat, was natürlich gar nicht wahrgenommen wurde. Dann noch etliche Kommentare, so hingeschludert, hingeschmissen zum Thema Migration. Aber worum geht es denn uns? Worum geht es mir? Es geht um Spremberg. Und deshalb sage ich Ihnen das auch heute. Welche Fragen hat Ihre Bürgermeisterin bei diesem zugegebenermaßen Wahlkampfauftritt von Herrn Spahn, Herrn Redmann und Julian Brünen gestellt? Zuerst habe ich Julian Brünen gedankt für seine wirklich gute Arbeit als Mitglied des Brandenburger Landtags. Er ist durch alle Ortsteile gereist. Er war bei so vielen Vereinen. Er hat alles, was nur geht, möglich gemacht. Damit komme ich zu den größeren Themen. Viele Termine hat Julian Brünen mit mir und mit Vertretern meiner Verwaltung organisiert und auch mit wahrgenommen, als es um das Thema ging, Unterstützung für Investitionen in Schulbauten. Da kümmert sich sonst keiner drum. Deshalb war meine Frage an Jan Redmann, der ja auftritt und sagt, er will unser Ministerpräsident werden. Werden Sie, wenn Sie in Verantwortung kommen, in welcher Position auch immer dafür sorgen, dass in Brandenburg mehr Geld für Investitionen in Schulen zur Verfügung gestellt wird? Und was habe ich Herrn Spahn gefragt? Ich habe Herrn Spahn gefragt, wenn die CDU im nächsten Jahr nach der Bundestagswahl in Regierungsverantwortung kommen sollte, was sie ja anstrebt und was auch völlig legitim ist. Werden Sie dafür sorgen, dass endlich der Bau der Dichtwand durch die LMBV, die ja eine hundertprozentige Gesellschaft des Bundes ist, dass diese Dichtwand endlich gebaut wird? So verstehe ich Kommunalpolitik. Und nicht irgendwelche Themen von irgendwo aufgreifen, denn es geht um uns, um Spremme. So kennen Sie mich, Ihre Bürgermeisterin. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.